Batschan und was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video mit der... Genau, mit dabei ist das Cation, hallo! Leute, hier nochmal für die Leute auf Instagram. Ich mach jetzt gleich ein Video mit Rebi und wenn ihr wollt, dann könnt ihr mir sagen, ob es euch gefällt. Weil, ich sag mal so, es ist ein ganzberraunter... Es wäre an der Zeit, Tobi, dass du einfach in der Anmoderation da vielleicht dein Maul hättest. Leute, ich komme gerade straight up aus dem Urlaub, beziehungsweise aus dem Tagestritt in Amsterdam mit den Jungs und Mädels. Und ja, jetzt wird direkt aufgenommen. Wird auf jeden Fall krankwitzig, weil ich bin einfach todesmüde, Leute. Weil wir haben jetzt irgendwie schon... Boah, es ist schon halb vier nachts, Tobi. Also wir sagen das den Leuten, obwohl eigentlich... Muss in einer halben Stunde aufstehen. Eigentlich ist es zehn Uhr, also halb zehn, aber wir sagen einfach halb vier, damit die das denken, okay, weil die... Es ist auch nicht halb zehn, es ist fünf vor zehn. Äh, ja, gut, moin an der Stelle. Warte mal, wer ist mit uns hier in der Lobby? Was? Hello, guys. Hä? Sind Sie hier randoms drin? Hä? Okay, please leave my lobby. Okay. Wir packen die ein bisschen ab, wir gucken, was die machen, okay? Eigentlich haben wir eine ganz andere Idee, Leute. Aber vielleicht packen wir jetzt einfach hier die anderen Spieler ein bisschen ab. Hey, are you girl, purple? Oh, you're already 12 years old, I love this. Come, how are you going to purple? Are you a girl, purple? Hello. How old are you? You speak English? Yes, please do. I said, how old are you? Ja, was machen wir jetzt mit dem, Tobi? Ich habe mir gerade ein anderes vor. Ja, warte, komm, ich habe mit zehn schon Fortnite-Spiel, ich weiß sie. Purple? Purple. Äh, where are you from? I'm from Libanon. Libanon? Stop! Libanon doesn't exist. Tobi, hör auf. You know, do you watch YouTube? Stop! Yeah, we stopped. Yeah, we stopped. Hey, the queen. What? Do you watch YouTube? What? Do you watch YouTube? Do you watch YouTube? Um, take one. Take one, the streamer. Can you please leave, please? Leave the lobby, please. This is our lobby, please. Can you, uh, look at my name, okay? Yeah. Subscribe here on YouTube. I have two million subscribers. Why are you running? Can you, uh, like, leave the lobby, please? Leave the lobby, please. Because this is our lobby. We want to play without you, you know? Why? Just do me the favor and leave. What lobby? This lobby. Can you leave this lobby? Uh, press the button, left to your spacebar. Leave the fucking lobby! Wait, I want to say the old four. Hold my face. Do you want to have three V-Mucks? Okay. You see the button next to your spacebar, left to your spacebar and F4 together, okay? Press it together and you're gonna have 103 V-Mucks, trust me. Uh, the space, yeah. And left, the button, left to the spacebar. Just wait, 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 wait. Mama, why not left? Where is left, I just asked. Uh, left is there where the thumb is right. Put this button and F4 together. Oh, okay. Push it together. Okay. Try to push it. Is it working? Wait a minute, he's still there. Hey, wait a minute, he's still there. Hello? Oh God, what? Hello? Where are you? Hello? How can he still be there? He's still there. Hello? I'm, I don't know. What? What happened to you, what happened to you? Did the V-Box work out? No. So where are you? Dude, that's disconnected. No. So where are you right now? Why? Is your game still open? No. What? Hello, what? Okay, how can heroes without the game open? I don't know. We hacked your computer. No, we didn't, we didn't, we didn't. We laugh so fast and he's like, hello. What? Okay, guys. What? I have something completely different. This video is just gold. I can't load up. So where are you right now on the Fortnite map? Where are you? I don't know. We have all of that. Wow, there's a partner. You think we've hit him or something? We haven't hit him. Fanny, we weren't. I don't know. I don't know. What? I don't know. Okay, mach mal. Tobi? Tobi? Ah, nein, Momo, Leute. Kommt ihr, Momo. Ah, nein. 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 Das ist gerade das Wittigste, was mir wirklich seit langer Zeit in meiner YouTube-Laufung passiert ist. Man hat ja so einen halbwegs Plan, was in dem Video passiert. Aber das kommt gerade einfach so straight in meinem Face und ich denke mir so im Hintergrund, damn, Leute. Please restart your client, Aaron. Alter. Hä? Ich muss mein Fortnite neu starten. Keine in der Lobby habe ich ja so Geräusche und da redet jemand. Was? Jetzt wirklich? Warte, aber entweder die laden gerade nicht, oder? Tobi, ich musste mein Fortnite neu starten. Das ist schon wieder angestürzt. Warte mal. Warte mal. Warte. Tobi, das ist Momo. Ich bin weg. Das ist Momo. Hey, Leute. Was ist hier gerade ohne Witz, Mann? Das ist einfach nicht geplant und es ist so random. Pass auf, Flotte. Hallo. Hallo. Das war die Stimme von davor. Jetzt sehe ich ihn aber. Hallo. Hallo. Was? Ähm. Wie alt bist du auf Italienisch? Quanti Ani Hai. Ach, die wollen 101, glaube ich. Jetzt weißt du aber nicht, was die sagen. Quanti Ani Hai. Guck mal, du weißt. Der antwortet, was er weiß. Quanti Ani Hai. Die haben ein Team gewechselt. Die wollen 101. Ich will die 101 gegen die Spiele. Doch. Wir klatschen jetzt. Oh. Zaskronitsch. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Lass sie erstmal ankommen. Du darfst sie nicht gleich belästigen. Hallo. 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 Where are you from? Je suis Francaise. Oh, je m'appelle Tobi. Äh, voulez-vous-cacher? Englisch? Warte, ich kann, ich kann Francais. Äh, je m'appelle Tobi. Free V-Bucks. Hello. Free V-Bucks. Die gehen gleich wieder. Schwanzwurst, Sauerkennel. Äh, can you talk? Ani Toll? Talk. Ich hör die nicht. Hallo? Hallo? Die wollen 2 gegen 2. King Antz, where are you from? Tobi, ich hör die nicht. Auch schon wieder Italiener. Ferrari, äh, Ducati, äh, Pizza. Äh, I'm from Germany. Hallo? It's me. Hello. Can you hear me, guys? Free V-Bucks. I, 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 I... I V-Bucked, äh... Äh... Non-Gradis. You want free V-Bucks? No, no, man, I... I don't. Free V-Bucks. Do you want free V-Bucks? No, man, no. Do you want free V-Bucks? No, no, no. Ignore him, guys. He's a little bit aggressive. He's like you, I don't know. Hey, wie hörst du die jetzt? Ja, natürlich. Ich frag dich schon 10 Mal. I can give you free V-Bucks, okay? No, man, 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 man. Äh... No, man, 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 man. No, I don't. I'm ready, man. Free V-Bucks? Do you want free V-Bucks? Hallo? Warte, ich schau aber, ob die weg sind. Ja, da hast du die nächsten verscheucht. Wie war der eine so da? Wo ist der? Er ist weg. Okay, gut. Das hat ja toll geklappt. Dann würde ich sagen, ab in die nächste Runde. Hallo? Hallo? Ja, wir auch, Alter, Jungs. Alle sind auch von Deutschland, aus Deutschland. Hey, kennt ihr die Windzeitzeit? Der Ehrenmänner, Digga. Jungs, wie alt seid ihr? Wie alt seid ihr, Jungs? Warte, ich wechsle Team. Ich bin 12. Hey, Digga, ich bin 25. Ja, die haben wir. Hey, Erjong, kennst du... Wir wohnen Zeit auf YouTube. Äh, äh. Wer ist der Lieblings-Youtuber? Also, meinst du Deutsch oder normal? Äh, ne, türkisch und libanesisch. Äh, Deutschland ist eigentlich nicht auf der Welt. Fußballspieler, meinst du? Genau, Emrah. Der Fußballspieler, ja. Der heißt auch nicht. Der ist gut, ne? Der spielt bei Barcelona. Ich kann dich gleich abonnieren, Digga. Digga, kannst du mich auch machen, das wäre so korrekt? Mir fehlt nicht mehr viel, das ist 2,5 Millionen. Kennst du Dagiby? Bei deinem Namen auf jeden Fall. Dagiby, ich war mit Dagiby auf der Hochzeit, ne? Ja? Ja. Boah, tschüss, wie du baust, Alter? Bist du Maschine, oder was? Ich hab Max geklatscht. Ich hab mich selbst angebracht. Äh, der andere ist einfach gestorben. Kannst du mich jetzt abonnieren, oder was? Ja, 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 warte, warte. Sag mir deinen Namen. R-E-W, so wie mein Name bei Fortnite. Ich kenn ihn. Ja, das ist der. Digga, du bist famous. Du bist gerade im Video von mir, ne? Wirklich. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Bruder, ich verarsch dich jetzt nicht, okay? Ich hab eben, das haben wir eben schon mit einem anderen Dude gemacht. Das hat bei funktioniert. Es gibt, ohne Witz, glaub mir das, es gibt nen Bug für momentan. Grad ist wie was. Kein Scheiß. Du musst aber halt ne gewisse Operation quasi halt regelmäßig ausführen, um das quasi zu machen. Steht bei dir neben der Leertaste? Steht da Alt? Äh, warte, ja. Okay. Hast du oben diese F-Leiste, oder nicht? Ah, ja, ja, hab ich ja nicht. Drück mal Alt und dann direkt das F-4 dahinter, Digga. Aber muss schnell sein. F-4 oben an der Leiste drücken, genau. Also F-4, ich wurde gekickt. Jetzt weg. Ja, ja, ja. Jetzt startet das Spiel neu. Startet das Spiel neu, guck bei dir in den Launcher, du musst die ganzen Dinger haben. Du musst die ganzen D-Wags haben. Ich bin gerade, ich wurde gerade gekickt. Ja, 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 ist gut. Jetzt kommt Pader gleich, jetzt kommt gleich. Was ist das für ein glückliches Video, Alter? Hä? Ja, ja. Ey, das ist doch nicht wahr, Alter. Das ist wie bei Minecraft. Ich bin gekickt worden. Hey, Leute. Wir beenden das Video jetzt hier einfach. Alles geht, Leute. Tobi. Ja? Hör mal bitte, kannst du auch noch deine Stimme mal kurz einmal? Ja. Also Leute, erstmal ganz kurz, bevor sich jetzt hier irgendwer aufwirkt, ja? Natürlich wurden diese Kilo so ein bisschen verarscht, aber es ist ja nichts passiert. Nee, der Game hat sie geschlossen. Alles gut. Sie haben kein Match wegen uns verloren. Kriegen keinen Bann oder sowas. Also es ist alles sehr, sehr harmlos. Und von daher, nehmt das auf jeden Fall mit Humor. Ey, wenn ihr wolltet, dass wir sowas nochmal machen, das kam jetzt wirklich komplett zufällig. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, Leute. Meine komplette YouTube-Äre soll brennen, ja? Wenn das jetzt hier irgendwie abgesprochen ist, was ja logischerweise nicht geht, weil Random Teams sind halt immer random, ja? Dann, ähm, der soll mich ins Wahl klicken oder sowas. Keine Ahnung, Alter, Leute. Ich bin aber komplett baff, dass es so unterhaltsame Matchbox in der Welt gibt. Und ich freu mich auf jeden Fall auf die nächste Runde fort at Random Lobby for Random People. Ich hoffe mal, dass ich jetzt die erste in ganz Deutschland bin, die das gemacht hat. Falls nicht, ähm, ich hab's nicht geklaut, ich war zuerst da, ohne es zu wissen. Und falls doch, ich claim das jetzt hiermit und jeder andere YouTuber kann sich bei mir melden und die Lizenz gewinnt, wenn man sich auch erwerben. In diesem Sinne, meine Freunde, schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei, der das Ganze irgendwie mit verursachen lassen hat. Lasst dem Boy ein Abo da und ja, dann sehen wir uns die Tage wieder zu einem weiteren Video. Ciao, Leute. Tschüss.